Cobra 6 BP Silber von Di Blasio Elio, auch wieder richtige Edelware. F2 sollen ja momentan die lautischen Böller sein. Also außerhalb von den ganz großen P1 Böller. Also die sind auf jeden Fall mal lauter als die mit dem Reibkopf, finde ich. Aber die Funke waren noch druckvoller. Ja, fand ich auch. Aber die sind auch schlecht, leck mich am Arsch.